Hallo, liebes Coding DaVinci-Team, liebe Coder! Wir vom Landesmuseum Hannover freuen uns, euch dieses Jahr beim Coding DaVinci Nord 2020 auch unsere Datensätze zur Verfügung stellen zu können. Wir haben über 10.000 Objektfotos und die dazugehörigen Metadaten für euch bereitgestellt und in vier verschiedene Datasets geschnürt. Bestimmt ist auch für euch was dabei. Viel Spaß damit! In dem Datenset, das ihr jetzt vor euch habt, findet ihr 6.300 einzelne Metadaten und Objektfotografien, die alle aus unserer ethnologischen Sammlung stammen. Wie hier hinter mir zu sehen, habt ihr Stelen aus Ozeanien, ihr habt aber auch Speere aus Afrika oder verschiedene Musikinstrumente und sogar ein Objekt ist eins der ältesten Objekte unseres Hauses. Es stammt aus der Cook-Sammlung und ihr werdet es mit Sicherheit ausfindig machen können. Viel Spaß beim Zusammenspiel mit unseren Daten und macht was draus!